Musik Sorgenvoll blickt man beim Handball-Bundesligisten Frischhoff Göppingen dieser Tage auf die Tabelle. Denn nachdem die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf überraschend gepunktet hat, trennen die Grün-Weißen nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz. Ein Sieg am Samstag gegen den Tabellen-9. TBV Lemko ist daher Pflicht. Wir brauchen nur einen Blick Richtung Tabelle machen und dann sieht man, wie wichtig das alles ist. Gegen Lemko, wie ich vorher gesagt habe, ist es ein starkes, kompaktes Team, aber es ist machbar, insbesondere hier in Göppingen etwas zu machen. Und grundsätzlich möchte ich heute nicht schauen, was Marc Wegner macht. Da muss man Achtung haben in Richtung unserer Kräfte und dass wir stark genug so etwas machen sind. Ein Blick auf die Statistik kann die Hoffnung auf einen Sieg durchaus beflügeln. Zwar ist der TBV Lemko besonders auswärts stark und hat in dieser Saison in fremden Hallen schon mehr Punkte gesammelt als Frischhoff zu Hause. Auf der anderen Seite haben die Ostwestfalen aber seit September 2003 nicht mehr in Göppingen gewinnen können. Auch das Hinspiel in diesem Jahr in Lemko ging mit 34 zu 32 an Frischhoff. Noch ist allerdings unklar, ob Göppingens Trainer Alexander Knesewitsch am kommenden Samstag auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann. Sowohl Manuel Späth als auch Tim Kneule sind derzeit angeschlagen. Ob sie eingesetzt werden können, entscheidet sich erst kurzfristig. Anwurf in der Hölle Süd ist um 20.15 Uhr. Nachdem das ist